Ahoi Leute und willkommen zum nächsten Part vom Titan Quest Multiplates Play mit mir, dem Wertprofessor und Fischi, den beiden Dodgers und ja. Letzten Part sind wir in die Wüste hier gegangen. Wir sind hier als Tor der Stings gegangen und jetzt verprügeln wir noch die Gegner und dann sehen wir mal wo uns das Amt hier weiter hinführt. Genau. Oh cool, Schreinerfahrung. Deswegen genommen. Ja. Ja, ich drücke im Automatisch auf Schreiner drauf, dafür kann ich nichts. Ich sehe einen Schreiner, drücke ich drauf und renne hin. Ich denke nicht, was das für einer ist. Da war ein Knochenhaufen. Ja, denken ist nicht so ganz, ich weiß. Ja, sorry, dass ich kein Gärtner bin. Du sollst hier halten. Du hast noch einen Schreiner-Erfahrung, gönn den dir. Nee, den brauche ich nicht, Freddy. Ich habe genug Erfahrung. Dann nehme ich ihn. Das ist auch gar kein Problem. Ist ja nicht so, dass du erst 10 Level weiter bist als ich oder so. Bin ich gar nicht. Nur 4. Wow, Todesschwingenhelm. Sehr gut. Er ist grün und macht 60 Rüstung plus 4 Stärke plus 16 Geschicklichkeit. Wenn er mehr Stärke machen würde, wäre er cool. Wenn du ihn nicht nimmst, dann nehme ich ihn gerne. Ich werde gucken, ob wir irgendwas haben, was Stärke plus macht. Ich brauche nämlich Stärke. Ich habe einen Helm, der macht 14% Stärke. Ich habe einen Helm, der macht mir 21 Stärke. Das sind, hm, weiß ich nicht, über 20%. Oh, der ist ich lieber. Soll ich dir halt. Du hast, du hast, du hast ein, Alter, mit 20, das ist ziemlich gut. 20 Stärke. Alter, ich habe jetzt schon gleich zwei Wolfsclown fertig. Ich habe jetzt schon vier. Bitte was? Lächerlich, ich lächer mich weg. Nö, ich nicht. Wieso droppt auf einmal so viel von der Scheiße? Also nicht, dass ich was dagegen hätte, weil... Das sind wir letztes Mal auch schon. Oh, ich verbrauche. Nee, also so viel war das jetzt nicht. Letztes Mal... Oh, da hat eine Arlhaut verloren. Oh, da hat eine Arlhaut. Alter, ich habe gleich Arlhaut fertig. Ich habe zwei Arlhaut gehabt. Nein, vier. Nein, Arlhaut. Vier irgendwas. Ja, das war... Was war denn das? Äh, Fledermaus. Nee, das war, ähm... Reines Gefühle, der erkrankt ist. Stimmt. Willst du mir einen Heal geben? Willst du mir gleich einen Heal geben? Ja, warte, ich steh' hin. So. Müssen wir in diese Tempel, was das sein soll, rein? Wenn man kann, gehen wir auf jeden Fall rein. Was ist eigentlich unser nächster Hauptquest? Ich habe nicht aufgepasst. Ich auch nicht. Ich glaube, zur nächsten Stadt gehen, weil der Tempel eingestellt war. Oder war das jetzt schon in Memphis? Nee, das war schon Memphis. Und dann bist du schon. Ich auch nicht. Nach Memphis habe ich oft gehört zuzuhören. Ja, ich auch. Beim LPT höre ich auch. Der schreitende Erfahrung hat mir gar nichts gebracht. Ich bin dadurch von sechs auf sieben gegangen. Oh, ich bin auf drei. Alter, wieso machen die so viel Schaden? Oder heilst du mich einfach nicht? Heile ich einfach nicht. So. Wenn man gut dich zu heilen. Hm. Ich mache Schaden. Ich habe einen Todesschlag, der irgendwie vollkommen nutzlos ist. Ah ne, der ist gar nicht so schlecht. Aber er lohnt sich nicht für die normalen Gegner. Ich mache dir schon mehr Leben, als du normalerweise hättest. Eine Flammenleiche mit einem Frostspeer. Nett. Schreiende Erfahrung. Äh. Scheint nicht, sonst würde man da rein können, ne? Ja, sonst wäre da ein Höhlenzeichen drum. Das die Schreine nicht alle kriegen, ist ein bisschen scheiße. Ja. Scarabeos! Ne. Ja, Käfer, Käfer, Käfer. Magma, Käfer ist das Tier der Große. Sind doch immer Scarabeos Käfer, oder? Weiß es nicht. Ja, sehen die irgendwie so aus. Was? Die sind einfach aus dem Boden gekommen, das ist ja egal. Ja, das ist normal. Ne, das dürfen die nicht. Armeisen gelogen. Und ich habe 248 Rüstung und kriege trotzdem noch übertriebenes viel Schaden. Ich habe kaum Rüstung. Ich habe 214, ich kann trotzdem. Ich habe alle zwei Minuten Trank nehmen. Nein, nein, alle zwei Sekunden. Ich nehme eigentlich hin. Was ist das für eine Scheiße? Dann kann sie auch heilen. Ich heil mich nicht. Ich benutze ihn eigentlich schon gar nicht mehr. Komm'n wir her. Heil mich bitte. Heil mich bitte. Ich muss einen Trank, ne? Ich treff dich nicht, wenn du wegläufst. Ja, soll ich stehen damit und sterben? Wäre eine Möglichkeit. Also wenn dir das nichts ausmachen würde, wäre das chillig. Dann liegt Götterblut. Jo, ich habe gesammelt. Man hört dich bei mir übrigens, glaube ich, kaum. Ja, ist doch besser so für dich. Ich weiß aber nicht warum. Schreien der Frost kannst du hören. Wirklich. Du magst also gerne Schreie. Ja, ich mag Schreie. Schreie und dann Stölle. Krang der Vergierung, da ist Spektralmaterial. Aber heute kriegen wir extrem viel von diesen Sachen, die Tiere fallen lassen. Wir wissen den Namen nicht, deshalb haben wir uns vor dem Partyschein, dass wir die so nennen. Die Dinger, die die Tiere fallen. Ja. Das ist der korrekte Name. Steht doch in der Wiki so. Steht doch in Wikipedia so. Das sind die Dinger, die Tiere fallen lassen. Monster. Monster, wir sollten doch Monster sein. Wir können es doch lassen. Die Frostlöcher hat gerade ihre Rüstung verloren. Ja, und es ist ja eine Feuerleiche geworden. Ist das normal hier? Wöchtest du nicht. Kannst du mir ein Deal geben? Da ist Außenponsor. Nee, kannst du nicht? Nee, kann ich nicht. Ja, du bist gerade weggelaufen. Sagst du, nö. Der kriegt nichts. Davon schluss nächstes Portal, Alter. Wir sind ja gleich mit Ägypten durch. Was ist denn los? Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Die Griechenland braucht mir fast 30 Partys. Gibt es ein 2 durch. Die Gegner sind doch totes einfach. Ja, da ist noch eine Gruff, die Sphinx. Die ist zu klein, ist aber schön. Nein, die muss so sein. Bist du hier gerade zweimal Auspasser gedroppt? Ja. Was ist das für eine Scheiße? Na, was ist das? Und ich kann die alle nicht zusammenspielen, weil ich nicht weiß, wie viel ich davon schon hab. Guck die Hose, nice. Guck die Schuhe, nice. Guck das Outfit, nice, nice, nice. Geben wir erst in die Höhle rein, dann gucken wir erst mal weiter. Erst in die Höhle. Okay. Hast du einen Timer gestellt? Jo. Guter Junge. Ich dir das beigebracht. Die große Sphinx, die verkleidet. Okay. Hast du mir gut beigebracht. Ja. Hast du nur von mir gelernt? Ach so, ja genau. Ich bin Meister gelernt. Ich bin mir selber gelernt. So, danke. Nee, schon bei mir, Alter. Maus. Ja, wir müssen unbedingt mal wieder ein paar mehr Parts aufnehmen. Ja, guck mal, das sind Katzis. Guck mal, Katzis. Hey, der schwebt, das ist illegal. Okay, in der nächsten Stadt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwas haben, wo ich Stärke von kriege. Alter. Ich hab nur das 40 Prozent. Warum? Bleib doch mal stehen, du Wichser. Wieso? Kannst du mal freundlich sagen, dass du mich heilen willst? Wie eine Fresse, Alter. Ey, einmal. Ja, ja, bleib doch mal stehen, du Wichser. Warum denn? Der sagt ja, dass du mich heilen willst. Ja, wenn du fast tot bist, heulst du immer rum, dass ich dich nicht heile. Ja, und dann sagst du nicht, bleib mal kurz stehen, ich will dich heilen. Dann sagst du, ja, du scheinst Wichser. Ja, das ist übrigens normal. Du musst mir jetzt sagen, dass, das ist uncool. Das möchte ich nicht. Ich glaub, so ist denen recht egal. Nee, die kriegen eine Anzeige. Da ist grad Gold runtergefallen! Ja, hatte ich auch. Ich hab's aufgesammelt. Bei mir ist irgendwas runtergefallen. Auf jeden Fall, gute Engine, Gold fällt runter, kannst du trotzdem aufheben. Schon logisch. Ich benutze mein Giftflaschen-Skill eigentlich, weil er für unnötig ist. Ja, das ist das bei den einzigen richtigen Flächenschaden, aber... Ja, ich mein, er bringt halt bei den meisten Gegner einfach nichts. Die Gegner, bei denen das was bringt, sind zu schnell tot, dann bei diesen Gegnern bringt's halt nichts. Du kannst diese Gegner vergiften mit dem Zeug. Nein, das sind nur Zombies. Ja, man kann sie aber damit vergiften. Mit diesem... Ich ja... Ich hatte doch, ähm, Pest oder so. Im Single. Ja. Damit konnte ich die auch treffen. Ja, ich kann aber auch nicht mit meinen normalen Giftschaden die, äh, vergiften. Probier's noch mal. Ich mach dir dann vielleicht ein bisschen normalen Schaden, aber halt kein Giftschaden. Also ich konnte die Zombies, äh, verseuchen. Ich nicht, also... Ich hab ja dauerhaft Giftschaden auf meinen Waffen. Und da, äh, geht halt nichts auf die Dings rüber. Wenn das Giftschaden ist, vielleicht geht das nur mit solchen Schaden. Ich weiß nicht, ob das zwei verschiedene Klassen hier sind. Ich glaub nicht. Ich glaub, Gift ist auch solche. Mach die Maschinen, der Brot. Mach dagegen keinen Schaden. Ich mach die auch, weil das auch nicht so viel Schaden. Boah, fuck! Was? Ich hab fast gestorben schon. Danke. Der Golde erschützt ist, was? Meine Tastatur ist übrigens gerade grün. Warum? Weil ich sexy finde. Meine ist blau. Jetzt ist meine Rose. Dann ist immer noch blau. Check. Alter. Es fällt einfach nichts wertvolles raus. Genau. Finde ich immer so super. Alter, meine Maus. Ist sie schon wieder leer? Nein, sie hängt. So. Was ist denn mit Maus? Damit das wird schnötet. Weg. Hast du den solche Schaden... Den hast du ja von Natur bekommen, oder? Ja. Hast du den noch im Multiplayer geskillt? Ich hab den nicht. Ich hab... Nein, warte, den hab ich auch ein Ding. Aber mit Jagd machst du doch keinen solchen Schaden. Doch. Nein. Doch. Das regt mich vor, dass die Gegner nochmal leben. Ich hab den hier nicht. Aber man kriegt doch durch Gift keinen, äh, durch der Natur keinen solchen Schaden. Doch. Nicht Natur, äh, Jagd. Doch, kriegt man. Nein. Ich kann's dir gleich zeigen, oder ich kann's gleich besser gesagt nachgucken, weil wir gleich ja, ähm, weiterspielen. Alter, wie groß ist denn das noch? Wir haben nur einen Raum verpasst. Hä, der war doch... Hä? Nee, da waren wir nicht drin. Nicht gemerkt. Hier macht die Magierkalt, okay? Ja, ich werd hier von den Katzis getötet. Okay. Ist kein Ding. Echt gerne. Hast du nie viel geflüchtet? Na, ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Ja, ist okay. Komm. Gott, ich bekomme hier mit einem neuen PC, Alter. Hast ja bald. Ich lach mich echt kaputt, wenn ich den vor noch vor Cish kriege. Wenn Cish gar keinen bekommt. Wenn die ihn verarscht haben. Einfach Geld abgefuckt. Oh, sorry. I fucked you up. Ja, ich hörte die Geräte. Die Geräte sind Level 30. Ich weiß, es ist doch so, mich gar nicht. Da gehst du nach unten? Hm? Da gehst du nach unten? Kann sein. Ja, sieht so aus, da gehst du nach unten. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, irgendwas hier in das Pfingst zu machen und dann noch irgendwas da, äh, woanders zu machen. Lass erstmal nach, äh, links gehen. Da gehst du, glaub ich, weiter. Sag, lass uns erstmal, das ist schon ganz weit weg. Ja, ich hab gesagt, lass erstmal dahin gehen und dann hab ich, äh, da hab ich zugeguckt, wie du weiter nach vorne dran wirst und ich kann, das ist zu warten und so einfach hier. Ja, ich hab Arco, ich renne den einfach nicht, dass er aus dem Weg. Oder mein Spiel will nicht, dass ich da hinten in die Ecke laufe. Ich glaub, wir kommen in diesem Part nicht mehr in die nächste Stadt. Gar keinen Fall. Shit. Kannst du dann gleich mal nachgucken, ob irgendwas davon ging uns was? Oder wir gehen einfach nach der Aufnahme der ganzen Stadt. Ob irgendwas was macht? Ja, ob irgendwas stärker macht. Von was? Von denen? Warum bin ich grad fast gestorben? Äh, von welchen Dings? Mal kurz gucken. Außenpanzer nicht. Spektalmaterie nicht. Wolfsklau macht Durchschlagschaden. Geschicklichkeit macht Adelhaut. Lebenskraft, nein. Ich hab eine Wolfsklau dabei. Liegt da. Oh, Schaden gegen Untote, cool. Ich hab das eine Wolfsklau schon fertig. Ich hab dir da grad was hingeworfen. Hast du das mitgenommen? Ja. Wolfs glaub ich mitgenommen, ja. Ach, das war ein weiter. Ja, dann machst du dich halt fertig, ne? Will aber nicht. Wenn du was fertig machen kannst, ist ja egal. Ja, aber ich möchte nicht. Okay, ciao. Groß zu Zwingst. Kommt hier jetzt irgendein Bossgegner? Bitte. Ja. Oh. Ach, nö. Dein Schrein. So, du mir die Monster vom Hals. Ich hab so das ungute Gefühl, dass diese Figuren, die da sitzen, uns gleich angreifen werden. Ja, tun sie. Die sehen dann nämlich so aus, als würden die sich noch bewegen. Klasse. Und wir. Könntest du bitte damit aufhören? Bitte, Hilfe! Es kommt näher. Oh, zum Glück mach ich denen gar keinen Schaden mit meiner Ultimative. Was? Die sind fast unsterblich. Geht so, ne? Guck mal, wie in die Schaden wir denen machen. Das sind halt mal Gegner und keine Kinder. Ich hab einfach immer wieder ein Skill rein. Ach, weil meine Skills auch so viel bringen gegen Konstrukte. Weißt du noch? Ja. Ich töte erstmal die, äh, kleinen, die, die, die ganze Zeit schießen. Ja, das bringt mich. Die spawnen immer neu. Nein. Ich hab übrigens nur noch 10. Du brauchst mehr Energie. Ich hab 15. Die spawnen nicht neu. Die wurden von den Dings gespawnt. Da hinten ist noch einer. Ja genau, hauptsache ich heil meinen Hund. Okay, es sind Gegner, aber gleich 4 davon? Ja. Vielleicht keine Tränke mehr. Ich soll sie mal ein bisschen weglaufen. Wie tot sind deine beiden? Ähm, beide so ungefähr ein Drittel. Achso, einen hab ich auf Hälfte schon. Diese Fähigkeit ist noch nicht voll ausgebildet. Na, er hat mich noch völlig angehoben, glaub ich. Ja, der ist noch fast full life. Meine Bolzen fallen. Ich hab beide auf Halt, jetzt gleich. Ja, meine Bolzen fallen. Nur ist es nicht so gut, dass man viel nebenbei hängt. Okay, mein Handy ist gerade runtergefallen. Na und? Ich muss immer kurz hinlaufen, bis sie schlagen und dann schlagen. Also, weglaufen, bis sie schlagen und dann wieder schlagen. Ich darf mal kurz weg und leg mal hin. Ich mach mal nicht so viel in den Einfluss tot. Ja, das war ich. Ja, ich weiß. Meine zwei Raupen, ich tippe runter, naja. Ungefähr, wenn ich nicht kenne, wenn ich nicht kenne, wenn ich nicht gleiche. Ich glaub auch nur nach. Hier. Ich versuch mich schon die ganze Zeit nicht mehr zu heilen, also es ist eigentlich kein hier mehr. Das bringt was mir hin. Beide ungefähr gleich tot. Ja, meiner ist auch tot. Gleich. Meine Bolzen fallen machen hier ganz gut Schaden. Wer hilft hier noch? Ich hab hier überhaupt keinen Schaden. Jetzt ist einer tot und der andere bleibt gleich. Ich hätte einfach reinhauen müssen. Ja, hab ich auch gemacht. So verbrillst du mir viele Tränke, aber egal. Ich hatte keine Tränke mehr, das konnte ich mir nicht leisten. Ja. So, Hand des Gleichgewichts. Ich hab die aufgesammelt. Ich hab die aufgesammelt. Hm, nein, ich hab sie. Sicher? Ja, ich hab grad nachgeguckt. Ist das ein Inventargegenstand? Ja. Da liegt übrigens noch einer. Okay. Jetzt nicht mehr. Ja, stimmt. Na, ich hab die, das war die, die ich aufgesammelt hab. Ah, okay. Also, du hast die erste dann. Okay, ich guck mal, wie lange wir jetzt noch haben. Wahrscheinlich nicht mehr so lang. Äh, ja, das war auch der Part. Äh, 18 Sekunden noch. Okay, dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Äh, wir sehen uns dann, äh, beim letzten Brunnen oder so. Oder in irgendeiner Stadt wieder. Ähm, dann würde ich sagen, haut rein und ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.